Liebe Freunde, ich sag denen, ihr könnt Hälfte, Hälfte machen. Er macht einfach nur Hälfte, Hälfte, aber er macht alles richtig. Wo ist der gerade? Der ist gerade zu Hause. Du bist hier alleine? Ja. Der ist schlafen. Der kam von der Arbeit. Du verarschst mich, oder? Doch. Sei ehrlich. Ruf mal deinen Freund an. Der schläft. Ruf mal deinen Freund an. Das will ich jetzt sehen. Ruf deinen Freund an und sag, Aschkem, ich liebe dich. Die Brüder. Bitte schön. So ist es. Ich hab gerade drei Fliege spüche gemacht. Ja, Bro, chill, das macht ihr. Ja, ja, das macht ihr. Du musst mir Go-Zeichen geben. Sag einfach, let's go, dann fang an. Let's go. Okay, let's go. Eins. 29, komm, weiter, weiter, weiter. 30, noch fünf. Noch fünf. Ohne Pause. Come on. Hadi, eins. Wir sind heute hier auf der Mannheim-MMS. Mal sehen, was hier so abgeht. Ich liebe einfach Mannheim. Mannheim, Mannheim, Mannheim. Forever, ja? So, wir haben einmal den. So, an alle meine Freunde. Ich habe drei Hobbys. Ich esse, ich trinke, soll ich was sagen? Und ich mag gerne Amore. Amore Mio. Mannheim ist die Squad. Ja, Mann ist die Squad. Jawohl. Super. Vielen lieben Dank. Danke dir. Ciao. When were we? Where was studies green? No. No. Who wrote this? Who wrote this? So, was geht ab, was geht ab, liebe Freunde, Jaman hier, Jaman ist Discord, Jaman ist überall hier, ihr wisst Bescheid. Heute sind wir hier in Mannheim MS, so wie ihr seht, hinter meinem Rücken ist ein Riesenrad. Und vor zwei Jahren war ich nochmal hier, seit Corona das erste Mal wieder, liebe Freunde, und das freut mich sehr. Auf jeden Fall, was wir heute drehen werden, normalerweise Challenged mit Jaman, wieder mit Geld, Warte, es kann alles Mögliche sein. Okay, es kann alles Mögliche sein, liebe Freunde, und wie gesagt, die Leute sind cool drauf, die Leute sind geil drauf, wir wollen einfach nur wissen, wie die heute einfach nur ticken. Heute kommt ein spontanes Video, liebe Freunde, ich würde sagen, bleibt dran, vielen lieben Dank für die ganzen Supports, und let's go. Okay, so, wir haben einmal, wir wollen jetzt den jungen Mann mal kennenlernen, liebe Freunde, wir haben einmal den... Mördon, wie heißt du? Merge. Bauen. Wie, ein bisschen lauter? Bauen. Bauen, jawohl. So, liebe Freunde, wir haben heute, rein aus Zufall, wieder Anal gesehen, das Video von letztens, Anal, ihr wisst Bescheid, was ich meine. Anal. Anal de grande. Nein, Anna mit deinem N. Du hast jetzt Anal gesagt, ich hätte dich jetzt mit Anal ansprechen. Und die Fabienne ist auch da. So, wir haben einmal die Fabienne. Fabienne, ja. Jawohl, wir kennen uns ja schon. Und Anal? Anal. Jawohl. Und wie haben wir einmal den? Enes. Enes. Jawohl, Bruder. Wie alt bist du, wie heißt du, woher kommst du her? Ich bin 16 Jahre alt, bin Abdul-Baki, komme aus der Türkei. Ey, wie heißt du eigentlich? Du bist jedes Mal da. Sarah. Wie? Sarah. Sarah. Okay, warum kommst du die ganze Zeit da rein? Ich weiß nicht. Sollen wir gleich mit dir ein Interview machen? Nein. Noch 35 Stunden. Kommst du doch mal gerade rein? Nein. Ich hab so ein paar Fragen an dich. Ja, okay. Wie heißt du? Umut. Umut, du? Kode bin ich. Wie? Kode, Kode bin ich. Tamam, egal, aber wie heißt du? Also Yunus. Yunus, Yunus. Yunus, genau. Was für Kode, Bruder, Kırmanji? Bodili. Bodili, okay. Aber Kırmanji sagen nicht? Nazan. 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 Okay, weil ich kann. Deswegen, ja. Alles klar. Merdan. Merdan. Was bist du, Bruder, für Landmann? Kode, Türke. Jawohl, super, sehr schön, Bruder. Bist du Osmanheim? Ja. Okay. Wie alt bist du, Merdan? 14. 14, nice. Was hast du vorhin gesagt, dass du Single bist? Ja. Okay, suchst du eine Freundin? Natürlich. Ja? Ja, ja. Und wie soll sie sein? Gut. Ja, wie? Optik? Ja, schön. Stehst du auf, was für Körperteile stehst du? Die sollen einfach gut aussehen vor Gesicht, weißt du? Okay. Ja, ja. Aber Körper? Körper, Bruder. Egal. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Nicht so wichtig. Wallah? Ja. Hausorelle, sie lebt. Ja, ja. Echt? Ja. Hast du Insta? Insta, ja. Sag mal. 1312.mannheim. Okay. 1312. Ihr habt mitgehört. Wir sehen uns. Ich steine auch. Und sag mal in die Kamera, ja, Mann ist die Squad, Bruder. Ja, Mann ist die Squad. Jawohl, so sieht es aus, Bruder. Wir sehen uns. Danke. Ciao, Jungs. Ciao, ciao. Dankeschön, Bruder. Minchallah. So, ja, ey, heute sind die voll brutal drauf. Keine Ahnung. Aber ist auch normal. Ey, wir waren zwei Jahre lang daheim. Einfach wegen Corona. Aber die ticken. Ich wollte gerade mal ein Intro machen. Ohne Scheiß, ob ihr mir glaubt oder nicht. Halbe Stunde haben wir dafür gebraucht. Nur wegen einem verfickten Intro. Intro. Ja. Da werde ich jetzt einen Pieptöner rausbringen. So. Nein, 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 nein. Ja. Wir laufen jetzt eine Runde. Wir gucken, was so abgeht. Geld, Mann, Liegestütze, Challenge. Alles Mögliche, ja. Bleibt einfach dran. Wir zeigen euch auch schöne B-Rolls an meinem Bruder erst mal. Vielen lieben Dank, dass er heute wieder da ist. Repo-Craft wieder am Start. Letzte Woche war Mr. Grey am Start. Und die Woche normalerweise meistens der Repo-Craft. Und da wir jetzt zusammenarbeiten. Von daher unterstützt auch meinen Bruder. Abonniert den. Und ja, zu den T-Shirts kommen wir erst nach hinein, ja. Werde ich euch später sagen. Wir sehen uns. Peace out, liebe Freunde. Komm, schau, ciao. So. Ja, Mann. Wir haben einmal die... Sarah. Sarah, wie alt? 17. 17, okay. Dürfen wir das Video auch verwenden auf YouTube? Ja. Safe. Safe, safe. Okay, deine Augen sind schön, muss ich sagen. Ich mache ab und zu Komplimente, das wisst ihr. So, auf jeden Fall, Sarah, ich habe zwei Fragen an dich. Ja. Erste Frage, erste Frage ist, stehst du auf Fuckboys? Gar nicht. Nein. Warum? Für was? Unnötige Zeitverschwendung. Ja, manche stehen ja drauf. Ja, manche, aber nicht ich. Ich bin nicht manche. Okay. Dann mache ich was rein. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Ja, gut. Hast du schon mal Beziehungen gehabt und so? Ja, ich bin gerade in einer Beziehung. Super. Und bist du glücklich? Ja, natürlich. Ich bin verlobt. Bist du verlobt? MashaAllah. Wann ist die Hochzeit? Inshallah nächstes Jahr. Inshallah. Super, das freut mich. Wenn ich 18 bin. Aber du bist, wenn du 18 bist. Wie alt ist dein Freund, wenn ich fragen darf? Ich bin 19, 20. Passt ja, super. Wo ist der gerade? Der ist gerade zu Hause. Du bist hier alleine? Ja. Der ist schlafen. Der kam von der Arbeit. Du verraschst mich dran, oder? Doch. Sei ehrlich. Ruf mal deinen Freund an. Der schläft. Ruf mal deinen Freund an. Das will ich jetzt sehen. Ruf deinen Freund an und sag, Aschkum, ich liebe dich. Wenn er rangeht. Ich muss sehen, ob du, als was hast du ihn? Als Herz. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Wie heißt dein Freund? Achmed. Achmed. Bruder, ich mach's nur für dich. So. Sag. Ich hoffe, dass er rangeht. Er wird nicht rangehen. Er ist tief schlafen. Okay, es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt. Geh ran. Geh ran. Enttäusch uns nicht. Ohne Scheiß. Was für einen Freund hast du, wenn er nicht rangeht? Er tankt. Okay, hat er gearbeitet, oder was? Ja. Okay. Wie habt ihr euch kennengelernt? Halleinheit. Halleinheit. In Neckarau. Rheingoldalle. Nein. Wo? Das war an... Wo war das? In Luh war das. Jo, okay. Alles klar. Bist du aus Mannheim? Nein, ich komme aus Luh. Aus Luh, okay. Ja, an der Stelle liebe Grüße Pfalz, würde ich mal sagen. Mein Rapograf ist auch Pfälzer vor allem. Hier, Bruder. Ich bin Baden-Württemberg. Monem. Ich meine, mit mir kann man reden. Verstehe ich wie Monem. Aber wie ein Steirer, das verstehe ich nicht. Ich bin Monemar. Auf jeden Fall. Sarah. Ja. Dann möchte ich von dir die zweite Frage noch haben. Danach machen wir Schluss. Zweite Frage wäre, reiche Männer oder wahre Liebe? Wahre Liebe. Sei bitte. Wahre Liebe. Sag mal, dein Freund ist jetzt gerade arbeitslos. Mir egal. Er geht nicht schaffen. Aber er liebt dich über alles. Mir egal. Er sagt, ey Schatz, ich würde zwar gerne mit dir heiraten, aber lass doch. Lass doch. Der ist auch türkisch, gell? Ja. Genau, und du weißt ja wie türkische Hochzeiten sind. Kurde ist er. Ja egal. Ist dasselbe. Genau. So. Ich kann ja auch kurdisch und so. Alles gut. Das heißt, 500, 600, 700, 1000 Leute auf Hochzeit, ne? Ja. Okay. Und was ist, wenn er sagt, Schatz, ich kann nur für 50 Leute? Tamam. Und keine Flitterwochen? Nicht schlimm. Meinst du ernst? 100 Prozent. Meinst du ernst? Dann ist das halt wie eine deutsche Hochzeit, na? Pim. Tamam. Respekt, valla. Helalos. Also Respekt. Wirklich. Ja. Was soll ich sagen? Es gibt halt so viele Damen. Aber nicht, dass du jetzt nur vor der Kamera so bist, ne? Okay. Tamam. Wo wohnt dein Freund nochmal? In Waldsee. In Waldsee. Okay. Ich hoffe, ich seh den Ahmed mal irgendwann mal. In Schallah. Er hat einen Dönerladen dort. Kannst gar nicht dabei gehen. Ah, du machst grad Werbung. Okay. Wie heißt der Dönerladen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, liebe Freunde. Wenn ihr in Ludwigshafen seid, im Waldsee, könnt ihr gerne Ahmed besuchen. Auf Saras Nacken. Ja. Und liebe Grüße sagen. Genau. Auf Saras Nacken. Safe. So. Dann würde ich sagen, Sarah. Wir beenden das. Wir sagen, ja man ist der Squad. Ja man ist der Squad. Ich zähle bis drei aber. Was? Ich zähle bis drei, dann sagen wir, ja man ist der Squad. Hast du Insta? Ja. Ja, will ich aber nicht sagen. Tamam. Okay. So. Eins, zwei, drei. Ja man ist der Squad. Ja Sarah, bist du lauter? Ja man ist der Squad. Wieder? Ja man ist der Squad. Jawohl. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke auch. Ich wünsche dir alles Gute. Ja bitteschön. Ciao, ciao. Ciao. So Bruder. Auf Youtube. Wie geht's Bruder? Ja gut? Ja Bruder. Genau. Ja? Freut mich. Ja Bruder. Ja Bruder. Warte mal. Wir machen so. Kannst du irgendwas machen? Irgendwie so. Liegeschütze. Wir machen mit Geld. Wenn du zum Beispiel 35 Liegeschütze machen kannst, kriegst du von mir Geld. Wie viel bekommt man? Zehn Euro Bruder. Wenn du sagst, guck mal wenn du jetzt 35 Liegeschütze geschafft hast, dann kriegst du von mir zehn Euro. Okay? Dann frage ich dich aber noch einmal, willst du die zehn Euro drauf wetten? Dann kriegst du das Doppelte. Direkt Cash. 20 Euro. 20 Euro. Das muss noch mal 35. Aber du musst noch mal 35 machen. Der schafft nicht mal zehn. Der schafft nicht mal zehn. Es gibt Leute, die so sind, die machen aber 50 Liegeschütze am Stück. Bruder, ich bin nicht im Modus. Bruder, ich war vor zwei Jahren hier genauso und jeder hat's gepackt. Ohne Scheiß. Ich bin sogar noch gutmütig. Bin ich gerade im Kernseher? Du bist jetzt gerade auf YouTube, Bruder. Was geht? Wie heißt du? Mergim. Mergim. Bist du aus Mannheim? Ja. Okay, sehr cool, Bruder. Was machst du so beruflich? Ich bin, ich habe jetzt Arbeitslos. Egal, Bruder, das sind wir alle. Auf jeden Fall. Ja, willst du irgendwas loswerden? Willst du? Ich grüße meinen Friseur, diesen kleinen Bastard. Er war heute nicht da. Er gibt seinen Namen nicht. Rachmi. Rachmi war nicht da, dieser Hund. Okay. Der hat meine Seiten sind nicht auf Null. Zeig mal, ich bin auch im Friseur, Bruder. Oh mein Gott, okay. Hey, an seinem Friseur, gell? Bruder, schneid mal deine Haare, ja? Du bist ein Hund. Nein, Bruder. Ich liebe meinen Friseur. Wallah. Wie heißt dein Friseur? Mohammed. Von Mohammed? Aus Ludwigshafen. Aus Ludwigshafen. Alles klar, liebe Grüße auch an Ludwigshafen liebe Freunde. Pass auf, tschau, Bruder. Du auch, Bruder. Hat mich gefreut. Dankeschön, gerne. Tschau, Bruder. Wir sehen uns. Tschau, pass auf, tschau. Ja, Mann. Nein, du kriegst 10 Euro, wenn du 35 Liegestütze hast. Okay. So. Wie heißt du? Damon. Wie? Damon. Damon? Ja. Okay. Bist du aus Mannheim? Nein. Von? Worms. Nice. Viele Grüße an Worms. Wie alt bist du, Damon? 16. Bist du Sportler? Bodybuilding? Okay. Und aus was für Landsmann? Nigerianer. Geil, Alter. JJ Ococha? Ja, Mann. Jawohl, Sanger, jawohl. So, wir haben heute einen jungen Mann, der behauptet, dass er 35 Liegestütze schaffen kann. Und jetzt wollen wir einfach sehen. Und wenn er es schafft, kriegt er von mir Geld. Wie immer, ihr wisst ja. Ja, Yama verteilt immer Geld, obwohl der gar kein Geld hat. Okay. Ich bin ein armer YouTuber. Ich bin wirklich arm. Supportet mich. So, Damien. Ja, Mann. Was denkst du, ob er schafft? Er schafft es safe, man. Er schafft es safe? Der ist bei Armee, Mann. Der packt das. Okay. Komm. Das wollen wir dann sehen. Jawohl. Warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Sie... Who's that Pokemon? Ja, Mann. 28, 29, 30. Noch fünf. Eins. Zwei. Drei. Komm. Vier. Komm. Komm. Und komm. Komm. Fünf. Helfbeck. Jawohl. Jawohl, Langer. Jawohl. Einmal Applaus. Einmal Applaus. Einmal Applaus. Helfbeck. Nice, Bruder. Ey, der hat's gepackt. Auf jeden Fall. Auf Ehre. Auf Nacken. Bruder, Zehner gehören dir. Und viel Spaß damit. Auf jeden Fall. Willst du noch was loswerden? Abonniert den Kanal, ja? Ja. Ja, Mann ist die Squad. Like und kommentiert. Genau. Was sollen die sagen? Was steht hier? Ja, Mann ist die Squad. Jawohl. Wir sehen uns. Und Dankeschön. Und viele Grüße an Worms, ja? Ja, Mann. Pass auf. Ciao, Bruder. Ciao, Jungs. So. So einfach geht's. Wenn ihr Geld verdienen wollt, dann müsst ihr einfach herkommen und uns ansprechen. Ganz einfach. Let's go, Bruder. Deppograph. Geht's dir eigentlich gut? Ja. Perfekt. Okay. Come on. So. Gerne, Bruder. Ehrenmann. Okay. Let's go. Ja. Bruder. Repograph. Sollte. Ja. Eigene Verantwortung. Eigene Verantwortung. Alles klar. Dann machen wir. 35 Schliegerschütze 10 Euro. Zweite Runde 20 Euro. Okay? Zählst du oder zähl ich? Ich zähle, Bruder. Wir zählen alle zusammen. Ja. Wenn du sagst, let's go, dann let's go. Okay? Ja, doch. Du musst mir Go Zeichen geben. Sag einfach, let's go, dann fang an. Let's go. Okay, let's go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Komm, weiter, weiter, weiter. 30, noch fünf. Noch fünf. Ohne Pause. Come on. Adi. Eins. Zwei. Komm. Drei. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Jawohl, weiter, weiter, weiter. Komm. 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 Noch eine. Und let's go. Perfekt. Perfekt. Jawohl. Herzgepackt. Auf jeden Fall, Bro. Sehr gut, Bruder. Sehr stark von dir, ja? Ja. Auch wenn du's nicht gepackt hättest, hätte ich nur allein wegen auf Ehre gegeben, Bruder. Dankeschön. Ich danke dir. Und wie hat das dich angefühlt? War gut. War gut? Also bist du doch fit? Ja, ja. Gut, Mann. Wie lange spielst du eigentlich schon Fußball? Vier, drei Jahre. Vier, drei Jahre. Okay. Bruder, so guck. Ich geb dir jetzt zehn Euro. Ja, auf Ehre. Auf Jamanns Ehre. So. Wenn du jetzt sagst, ich mach nochmal 35, kriegst du von mir 20. Okay, komm mal her. Dann sagen wir alle, oder wir beide, Jamann ist die Squad. Wir sagen ein, zwei, drei, Jamann ist die Squad. Ja, aber ein bisschen lauter. Jamann ist die Squad. Jawoll, Bruder. So sieht's aus. Wir sehen uns. Ich spaß euch. Ciao. Danke schön. Ja, ganz einfach. Ja, Mann. Was macht ihr hier? Wir chillen hier. Jetzt chillt ihr? Ja. Okay. Alles gut hier, oder habt ihr was getrunken, irgendwas? Nein, Bruder, ich trinke nicht. Gar nicht? Nein, Bruder. Bist du trocken? Hä? Bist du trocken? Türkisch Position. Ach, trocken. Also du trinkst gar nicht? Ja, Bruder, ich bin trocken. Sehr gut, sehr gut, Bruder. Maschallah. So, du? Du trinkst aber? Ja, ab und zu, aber heute nix mehr. Okay. So, Anna. Äh, Anna, Anna, Anna. Ja? Seit diesem Video hast du irgendwelche Anfragen bekommen von irgendwelchen Jungs? Ja. Bruder, mein Vater ruf. Ja? Geh ran. Geh ran. Geh ran. Das jetzt nicht. Warum? Der fickt mich, Bruder. Geh doch ran. Nein, Bruder, der fickt mich, wallah. Sag, Baba, ich bin da und da. Der nehm ich auseinander, wallah. Typ, ich bin da, kein Spaß. Ja, so sind die halt. Egal, aber geh doch mal ran. Nein, Bruder, wallah, der fickt mich. Wie alt bist du, Bruder? Ich bin 16. 16, okay, tamam. Du weißt dein Vater nicht auf dem Sagen? Doch, Bruder, aber ich war gestern, und du bist nur nur draußen. Okay. Ja, ja. Ab und zu musst du schon rangehen. Ja, stimmt. Es ist nicht so wie Louis Vuitton-Tasche oder so, Baba. Ja, ich weiß. So, Annal, irgendwelche Anfragen? Ja, von Jungs. Was zum Beispiel? Von Jungs. Ja, aber was haben die geschrieben? Nichts, die haben mich, äh, gettet. Und haben gesagt, bist du die von YouTube. Echt? Ja. Okay, und was hast du gesagt? Ich hab ignoriert. Ja, gut. Sah da nicht gut aus? Doch, aber... Nicht so dein Ding, gell? Scheiß drauf. Das sind so Kinder, oder wie? Nein, die sind schon erwachsen, aber ich muss den nicht zurückschreiben. Okay, krass. Okay, und wo ist die andere eigentlich? Ah, die ist irgendwo hier. Die ist ja auch hier. Bei den Freund. Echt? Ja. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Wir sagen, ja, Mann, ist der Squad. Ja. Okay, auf drei. Eins, zwei. Ja, Mann, ist der Squad. Nochmal auf die Kamera, bitte. Eins, zwei. Ja, Mann, ist der Squad. Jawohl, perfekt. Vielen lieben Dank. Aber bitte nicht so freundlich machen. Also dieses Mal lasse ich euch gut dastehen. Nein, beim Printmal. Hä? Bei Printmal müssen sie uns einladen. Okay, machen wir. Auf jeden Fall safe. Dankeschön. Dankeschön. Bruder, passt auf dich auf und ruft deinen Vater an. Ja, Bruder. Ja, Annalde Grande, liebe Freunde. Annalde Grande. Annalde Grande. Falkt mir alle auf Insta. Ja, aber Bruder, nicht so. Komm mal her. Komm mal her. Ja, Bruder. Red dich mal zu mir. Annal, komm mal her. So. Jetzt, deutlicher. Wie heißt er auf Insta? Annalde. Und was für Fußballmannschaft? Gala. Fener, Bruder. Ohlan, Allah, ich werde messen. Fener, Bruder. Aber heute warst ihr sehr stark. Also dieses Jahr warst ihr sehr stark. Nein, Mann, normal. Wir haben euch doch in... Wir haben doch Gala gefickt, Bruder. Aber sag sowas nicht. Ja, Wallah, ich bin Gala-Fan, du weißt. Ja, Bruder, normal, aber... Aber ich danke dir. Ich bin auch Insta. Du willst auch... Du hast doch deine Insta schon. Ich hab doch schon. Ja, schreibst du auch mal. Ja, hab ich doch. Ja, aber nochmal. Okay, hab ich ansorgt. Komm, sag. Ahaha. Okay, alles klar. Folgt denen, folgt denen. Die ist abgehoben. Die antwortet mich zurück. Die ist doch in Ordnung. Die ist TikTokerin, Junge. Die braucht sie. Okay, ja. Wir gehen weiter, oder, Bruder? Alles klar. Dann sag mal Tschüss. Sag mal, Jaman ist die Squad? Jaman ist was? Jaman ist die Squad. Jaman ist die Squad. Jawohl, Bruder. Wir sehen uns. Ja, singen wir Wald. Alright. Ja, Mann. Aber, Bruder, die sind, glaube ich, alle besoffen. Ja, ich weiß nicht, ob die da... Die sind alle besoffen. Happy Birthday to you. Sag mal, Wahid, viele Grüße. Gell, 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 gell. Gell, 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 gell. Wahid, Bruder. Wahid. Guck mal den Übergang an, Bruder. Woo. Ich gefällt. Wahid, deinen Übergang, Bruder. Wie immer, du weißt, Bombe, Wahid. Englisch? Yes. Where are you from? America. America. City. Italy. Where are you from? Canada. 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 Okay. I'm from Italy. I'm from Italy. Give me one second. What are the fun, guys? Fuck off. Come here. Come here. Hello, people. An alle meine Freunde, ich habe drei Hobbys. Ich esse, ich trinke, so... Ich ficke, du fickst, er fickt. Wir alle ficken, wir müssen ficken. Warum fickt er nicht mit dir? Woll ich was sagen? Ja. Und ich mag gerne Armore Mio. Und ich mag gerne Armore Mio.